Offensive Rebounds des Gegners gegenüber. 20 Offensive Rebounds. Das zeigt eine Sache ganz klar. Und damit ist das Spiel analysiert. Man war zu weich. Das hat sich in der ersten Halbzeit auch darin hindergeschlagen, dass die Außenspieler nicht nur die Blocks sich bekämpft haben. Und das hat sich über das ganze Spiel darin hindergeschlagen, dass wir nicht nur mal Rebounds zogen. Wir haben keine Los Force gehabt und keine Rebounds gehabt. Und wenn man keine Rebounds hat und der Gegner einen so hat rebounded, und jetzt ist es darum, dass der Gegner physischer spielt, dass der Gegner härter spielt. Und dass der Gegner, wie man so schön sagt, es mehr will. So blöd diese Rede, wenn er noch ist. Aber wir werden halt einfach zu weich. Wozu die Mannschaft im Schande ist. Das hat sich dann gezeigt. Von minus 19 auf plus 1. Aber auch so ein Strohfeuer treffe ich. Das zeigt das Herz der Mannschaft. Das steht nicht in Frage. Was im Moment in Frage steht, ist die Härte.